Tareks Musik wird einmal die Welt verändern und Klara verändert sie heute schon. Die ganze Welt können wir nicht verändern. Die von Tarek und Klara aber schon. Wir sind UCB. Unsere Medikamente können Leben verbessern. Wir suchen gemeinsam nach neuen Lösungswegen und Behandlungsmöglichkeiten in der Immunologie, Neurologie, Gentherapie und bei seltenen Erkrankungen. Digital, nachhaltig und immer mit den Patientinnen und Patienten im Blick. Wir investieren über 25 Prozent unseres Umsatzes in Forschung und Entwicklung und stoßen gemeinsam mit unseren Partnern in neue Therapiefelder vor. Weil alte Schlüssel keine neuen Türen öffnen. Wir kooperieren auf Augenhöhe mit Ärztinnen und Ärzten, um Lösungen zu finden, die wirklich weiterhelfen. Und zwar nicht nur in der Theorie. Mit unserem breiten Fachwissen erforschen wir auch Krankheitsbilder, für die es heute noch keine Lösungen gibt. Weil wir an Tarek und Klara glauben. Und weil wir an uns glauben. Wir begleiten Tarek und Klara in den schweren Phasen ihres Lebens. Nicht nur mit Medikamenten, sondern mit unterschiedlichsten Trainings- und Informationsangeboten. Schließlich wollen die beiden wissen, was in ihren Körpern passiert. Daran arbeiten wir jeden Tag. Wir bieten Talenten eine Plattform, um die Welt zu einem besseren und nachhaltigeren Ort zu machen. Mit flachen Hierarchien, internationalen Aufstiegschancen und dem Wissen, dass unsere Arbeit wirklich etwas zählt. Weil sie wirklich etwas zählt. Wir verbessern das Leben von Tarek und Klara. Weil sie die Welt verbessern. Wir sind UCB.